Ich bin Navid, ich bin aus Afghanistan und ich bin seit zehn Monaten in Deutschland. Ich bin 18 Jahre alt, ich spreche in Helsinki und bin ein bisschen Deutsch. Ich habe hier viele verschiedene Spiele für Spiele und ich dachte vielleicht kann ich auch hier kommen und auf die Spiele und probieren, wie geht das und so. Ich bin William Kruz von Refugees Welcome One und wir sind eingeladen worden hier von der Piratenfraktion teilzunehmen an diesem Event hier, den Computerspielen. Wir dachten, das wäre sicherlich eine gute Gelegenheit für viele der Gepflichteten mal aus ihrem Christenlagealltag rauszukommen und was anderes zu erleben und deshalb sind wir hier. Die Kids oder Jugendlichen oder Elternbesucher, die zum Teil hier sind, beschäftigen sich hier mit Dingen, die sie vielleicht vorher noch gar nicht angefasst haben, noch nie gesehen haben. Und ich glaube, das ist genau das Problem, was hier existiert, dass auf der einen Seite Politiker oder auch Interessierte über diese Sache sprechen und sich noch nie mit den Gamern und noch nie mit der Sache konkret auseinandergesetzt haben. Diese Dinge wollen wir hier abbauen, diese Hände abbauen. dazu führen werden wir, diese Hände abbeamen. Sollen Sie versuchen... dertem Frau Scriptenthalen zur Aufbauen!